Juliette Schopmann und Tani zeigen ihre Liebe Juliette Schopmann und Comedian Tani überraschten ihre Fans gleich doppelt. Die Frauen posten eine romantische Bilderserie via Instagram und zeigen sich damit erstmals als Paar. Comedian Tani und Ex-DSDS-Star Juliette Schopmann, 42, machen es die offiziell. Auf Instagram bestätigen sie nicht nur ihre Beziehung, sondern geben auch gleich einen Hinweis auf eine noch größere Überraschung. In einer Bilderserie sind die Frauen in weißen Kleidern zu sehen und laufen gemeinsam ins Meer. Als Bildunterschrift dient ein Herz und ein Ring-Emoji. Das könnte wohl bedeuten, dass sich die Frauen das Ja-Wort gegeben haben.